Ja, ich sag, du kannst gleich ruhig, äh, ich sag, warte, gibt, äh, Dings nicht, Attack Speed, äh, Aurora Bay, warte, oder was ist mit der Speed? Aurora Bay macht, äh, Rage, Reduction, Auto-Attack-Boost und Speed-Up. Ja, Auto-Attack-Boost ist ja übel insane für Urgels-Ult. Wir werden gleich Aloda Bonona und Urgel praktischen. So, wenn man, wenn man Venusaur und Gengar spielt, dann können die auch so, die Macht, die haben so Fähigkeiten, dass sie Spezial-Dev, Spez-Dev-Senkung machen können. Oh, das ist wild. Ja. Dann spielt auch so Hex und er kommt mit, äh, Venusaur, weil Gengar macht mit Hex mehr Schaden, dann gibt er die Vergiftung. Ja, ja, ja. Tarius-Botland, bei denen. Ja, und da. Ja, darauf hält, 6 Punkte abgegeben, na gut. Foxy fast tot, weiter Foxy. Oh, die sind ja, aber schön, 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 schön. Ja, ja, ja. Äh, lauf zu Urlaub? Ja, 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 ich kann nicht, ich kann nicht, aber den kriegst du noch. Also, ja, schön, 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 schön. Zwei Verein getradet bei 3 gegen 2,6. Wie bellet es das Spiel? Aktuell, würde ich sagen, ziemlich gut gebalanced, sich dafür, dass es, äh, neuer rausgekommen ist. Ja, ich hab den noch direkt. Ja, nein, es ist jung, let's go. Oh, oh. Also, mir helfen? Ja. Das ist halt so. Geht, geht, geht. Ich weiß nicht, ich bin die Server nicht. Lass du abgeben, schnell. Und wiederkommen. Schön. Sehr gut. Oh, oh. Ich mach keine Ahnung, Felix. Ah, das ist so ein Ich-Kasse. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Aber leider auch so ein Ich-Kasse-Leak. So ist das richtig geschehen. Junge. Ah, true. Er hat echt Bock, dass wir uns werden von uns. Er hat echt Bock auf uns. Kannst du, glaub ich, ein bisschen auf Botlane fokussieren? Flo, die sind relativ free, glaub ich. Äh. Die sind da zu dritt hier unten. Äh, labus gesehen. Ab weg, ich hab' den aufgehalten, der wird so rein. Ja, hab' ich gesehen. So, gleich so nah, aber das geht auch. Jawoll, Junge, let's go. Schön. Schön ist die C-Chain. Egal, Fähigkeit, bekommst du? Doch, kurz, Citro-Beeren. Ja, ja, es wird sehr wahrscheinlich, dass es zurückgesetzt wird nach dem Release. Ja, wäre ein bisschen broken, wenn ich. Weil ich glaube auch nicht, dass man von Anfang an alle Charakter geschenkt bekommt. Ja, aber es ist sehr gut, dass wir jetzt schon mal wissen, welche Charakter uns taugen, damit wir wissen, welche wir uns direkt kaufen können von der In-Game-Währung. Oh, bist du? So, ich weiß nicht, du kannst du nie wieder, leider. Ja, warte, ich töte noch die Spiesofunk und dann komm ich. Gut. Töte einfach, kannst du nie wieder, leider. Na gut. Ja, kannst du nie wieder, leider, Loser. Braust du mich gar nicht, oder wie? Weiß nicht. Aber ich seh die noch, okay? Ah, gut. Ja, wir haben Geld, kannst du den haben. Für das YouTube-Video gehör'n nicht. Schön. Nice. Können die hier links abgeben. Ist Tor fertig. Und dann lass Rot umholen. Ist schon fertig? Ja. Ja, das war's. Ich weiß nicht, wieso ich so gute FPS hab. Oh, hallo Castellito, es geht. Oh, es geht. Er wird einfach von Rot zum Gratthaus genommen. Hallo Castellito, hast du versucht. Hast du echt versucht? Ich weiß nicht, warum ich so gute FPS hab. Habt ihr auch 60 FPS? Ich hab' für 540. Ja, ich hab' für 540 FPS. Ich hab' meistens 60 FPS. Ja, es geht, weiß es eigentlich. Es ist nur dann schlimm, wenn so irgendwie 4 Mons auf einem Haufen sind, alle so Battles und Ulti-Tippen. Ja, ja. Oho, Alter. Überachtung alles, Alter. Gute Besserung. Ehrlich, gute Besserung. Junge, unser Damage ist so in 10, what the fuck. Ja, ich hab' jetzt doch noch meine Volt. Holy shit. Backported? Das ist ein neues Urge-Video hochladen. Ja, ganz viele Urge-Videos. Ja, ja. Nur noch Urge. Nur noch Urge. Aber die Giner werden überall Haupt genommen. Ja, übelst. Ja. Meiner. Echt deiner. Nee, war deiner, oder nicht? Nee, war echt meiner Leut. Oh! Jetzt geh' ich in die Old. Du, 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 du. Halt' ich fest. Ich hab' auch, Bro. Ich hab' auch festhalten und dann mit der Old einfach drauf. Ja, ja. Übelst, übelst. Also, ich sag' Actually, also, wenn ich Slowbro Tau kannst du Swammer spielen, aber ich sag' auch Aluna Monona und Wurgel wahrscheinlich sehr wild. Ja, wahrscheinlich. Das war' ein Auslöschen. Das heißt, Slowbro ist jetzt Action. Er ist doch wild. Ja, ich fühl's auch in der Kombination gerade, muss ich sagen. Der ist halt Level 7, so. Ja. Er macht halt trotzdem viel Schaden, ist halt auch schon illegal eigentlich. Ganz schwierig gerade, Felix. Ja. Ich geh' hier einfach rein. Lass' es schnell abgeben. Ganz schnell vielleicht. Dann ist Tor kaputt. Perfekt. Perfekt. Ja, wir haben dann. Easy. Top-Line. Fertig. Da kommt Greninja, lass' den noch töten. Ja. Ja, ich hab' aber auch wieder gejungled am Ende. Ja. Das war doch, wenn ich will. Greninja? Angst, also, Regi. Nur, du hast... Warte. Meine, Felix hat 14 kills, ohne Shit. Ja. Echt Angsthase, aber jetzt hat' er noch Bock. Keiner war eigentlich dafür. Schon? Nice. Schön. Jawoll. Reicht ja noch nicht mal für den. Doch. Nice, gut. Unsen. Krallwahl. Oh, okay, 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 okay. Ich geh' in Alter. Jetzt mach' aber so viel Damage. Du, 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 du. Kurz, äh, Maschinengewehr. Kurz Team treffen. Ich fahr' nicht immer. Ich fahr' ja wohl so dick. Ich fahr' ja wohl so dick. Du, 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 du. Hör' doch die Kommunikation für mich. Ja, doch, schon. Und da fehlt' jetzt noch drei Minuten so. Ja. Aber wenn du gewinnst, wie du mit Satz bist. Ja, ich geh' mal um Rot und machen so. Den brauch' ich ja nicht. Ja, lass' ich dir echt zurückgehen. So'n bisschen noch mehr, die demnötigen. Die Tausende erreichen einmal. Ich hab' gerade 20% pro Schuss gedrückt. Ja, besser ist es. Ja, ich hab' Lokale noch aufgenommen. Die da reicht. Ist mir egal, dass ihr jetzt schwer bist. Boah. Ich glaub' wir am Ende einfach Tapsos machen für den Disk-Track. Ja, für den absoluten, für den 100er-Score Tapsos machen. Ja. Für den Tausende-Score. Ja, das unter anderem auch, True. Ja. 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 Ich blockiere. Die müssen Rot und Delften, theoretisch gesehen. Können wir dann in der zweiten Zaptos machen. Äh. Ich blockiere. Oh lol, die haben gar keinen Bock. Die sind alle Botlane. Lass' die Botlane anfangen. Lass' Botlane gehen. Ja, gut. Ja, gut. Joons. Ich hab' das hingebissen. Moin, ich hätt' keinen MVP. Moin, ich hätt' keinen MVP. Moin, ich hätt' keinen MVP. Er hat zwar killed als ein Hank, äh. Oh, kein Bock mehr. Wie müsste ich denn fühlen? So wie wir vor zwei Hunden. Schlecht. Auch akkurat. Moin, der knackte Level 9. Was denn? Ja. Die Leveln halt nur. Die Leveln zu wollen. Oh, der hat Last-Hip gemacht. So kennt man mich. Ja. So kennt man irgendwie tatsächlich. Wo, der hat sich wahrscheinlich weiter zuhause. Ja, wahrscheinlich echt. Nein, 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 nein. Das wären echt die tausend Punkte. Können echt die tausender Marke sein. Nein, 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 nein. Das wären echt die tausender Marke sein. Ja, dieser wird echt nicht fahren noch ein bisschen. Kann jemand so knackern? Ja, kann man noch ein bisschen so wiegeln. Ja, das ist ja so. Nee. Was ist der? Ach, ich wollte auch so rein tun. Das war gut dann nicht. Nee, das ist für die Switch das Game. Aber es kommt unter anderem auch fürs Handy. Jeder Punkt schillt. Hinter. Rein. Nein. Ich glaube, der wird es noch holen. Versteckt sich so. Der return das Game noch. Mhm. Oh nein, der Knackertull. Der trifft einfach nicht. Noch zwei Foto holen sind bestimmt wichtig. Ich würde gerne eigentlich nochmal auf meine Ohl drücken. Ja, sieht man. Oh, meinst du so? Ich kann ja nicht nur drücken. Ach nein. Ich kann sich nur drücken und gegenlaufen. Na, schade. Du, 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 du. Der Eist gut! Der Eist gut! Ein mit den Punkten! Noch mal einen Punkt. Also zwei Foto. Gar schon noch, gar schon noch. Jawoll. Geh, bis jetzt, stopp! Junge, du reichst von Kills, will. Oh, easy! Ach du Scheiße. Okay, was für einen Score haben wir jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Wir waren, glaube ich, alle wild. Alle 100er. Jo! 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 Jo!